Manuelles Bedienelement Über das Bedienelement im Wohnraum können Sie Ihre Heizung bequem steuern. Durch Anwählen eines Heizmodus am linken Drehknopf schalten Sie das Gerät ein. Ist das Gerät in Betrieb, leuchtet die LED grün. Über den linken Drehknopf haben Sie die Wahl zwischen Boiler entleeren, dem Heizmodus Sommer mit Warmwasser in 40 und 70 Grad Celsius, dem Heizmodus Winter mit Wohnraumheizen und Wohnraumheizen plus Warmwasser sowie dem Frostschutzmodus. Im Wintermodus regulieren Sie mit dem rechten Drehknopf die gewünschte Innentemperatur von 5 bis 35 Grad Celsius.